Guten Tag, da gibt es jetzt wieder einen Livebericht. Wir haben heute den Abschlusstag und wie immer üblich bei unseren Abschlussevents oder sozusagen am letzten Tag, wo dann auch die Prüfung stattfindet, gibt es natürlich einen Match Race zwischen den beiden Schulboten. Wir sind hier mit der Aruna unterwegs, da schauen wir kurz einmal, was wir da für eine Geschwindigkeit machen. Schauen wir mal am Kartenplotter, ja, acht Knoten, sieben Knoten, also wir haben gerade so ungefähr drei, vier Windstärken. Es geht wunderbar zum Segeln. Dann schauen wir uns hier an, wie das oben an Deck ausschaut. Und wir werden schauen, was dabei aussieht. Super Siegelstellung. Unsere Piloten auf der anderen Seite können wir ebenfalls ziehen. Schauen wir mal. Die anderen haben nämlich einen Lackengroß, wo wir das Rennen dort machen werden, aber schauen wir mal. Ich werde über das Ergebnis berichten. Bis zum nächsten Mal.